Sie machen sich an ein vermeintlich leichteres Opfer heran. Eines der Zebras hat sich verletzt und bleibt zurück. Nichts ist für Jäger so verlockend wie der Anblick eines Nachzüglers. Das Zebra lahmt und kommt nur mühsam voran. Ihr scheint keine Eile geboten. Für eine Hyäne ist die Sache zu groß. Der Räuber ruft das Rudel zur Verstärkung. Der Jagdruf macht die Zebraherden unruhig. Selbst das Kalb scheint es zu spüren. Die Meute setzt zu einem neuen Angriff an. Das Jagdruf arbeitet geschickt im Team. Es treibt sein Opfer von der schützenden Herde fort. Die Hyänen lassen sich Zeit. Sie wollen kein Risiko eingehen. Das Zebra ist zwar lahm, doch es kann immer noch um sein Leben kämpfen. Die Jäger schreckt das nicht ab. Kein Räuber würde jetzt aufgeben. Zu günstig ist die Gelegenheit. Doch noch ist das Schicksal des Zebras nicht besiegelt. Ausgewachsene Zebras sind auch für Hyänen ernstzunehmende Gegner. Das verletzte Zebra ist nicht so verlassen, wie es scheint. Die anderen haben seine Not erkannt. Das lahme Tier findet nicht zur Herde, doch die Herde kommt ihm zu Hilfe. Die Zebras bleiben Sieger. Und dieses Mal konnten sie ein Leben retten. Die Hyänen geben auf.